Komplexes Thema, immer wieder gleiches Spiel, Baukasten beherrschen, Paragraf 34 wäre Nachbarschaftsbebauung, was ist dort möglich? Um hier die Planungssicherheit zu bekommen, würde ich empfehlen, Bauvoranfrage stellen, mit der Gemeinde abstimmen, was ist möglich und dann hat man Planungssicherheit für den nächsten, wenn man es projektiert weiterverkaufen möchte oder selber bauen möchte. Und bevor man eine Ankaufsentscheidung trifft, sollte man hier unbedingt mit dem Architekten Rücksprache gehalten haben, damit man hier auch kein blaues Wunder erlebt. Ich würde überhaupt keine Unternehmensform erstmal wählen, weil ich würde mich um den Engpass wieder kümmern, so wie ich es damals gemacht habe, egal in welcher Stadt in Deutschland. Es geht momentan nur um Marktzugang. Wer weiß, wie man Objekte akquiriert, kann oder wird wertig für den Markt und alles andere sind dann die Stufen drum herum. Weil was nützt denn eine GmbH-Struktur, wenn ich sie nie befüllen kann mit Leben? Also daher erst Objekte finden, erst Marktzugang klären über Netzwerk, Kalterkrise, Social Media, Follow-up und dann die Struktur nachziehen. Machen viele übrigens falsch. Wie man die etablieren kann? Ganz einfach. Sichtbarkeit kann man sich heute kaufen. Social Media ist hier das Stichwort. Ein Medium nutzen, Facebook, Instagram. Eine Markenstrategie aufbauen, indem ich verschiedene Touchpoints eben baue in Form von Flyern, Dokumenten zum Thema Erbschaftsimmobilie, zum Thema, wie verkaufe ich eine Immobilie mit oder ohne Makler. Vorab Ankündigungen nutzen, dass ich Objekte, die ich habe, bereits akquiriert ins Internet bringe. Da kann man ein ganz einheitliches Markenkonzept bauen. Dauert ungefähr zehn bis zwölf Wochen, behaupte ich, ist mir in jeder Stadt in Deutschland markenbekannt. Vollautomatisch heißt, dass unsere Objekterkrise immer wiederkehrende Prozesse hat. Also wir haben ganz klare Wege auf diesen vier Kanälen, also sprich Netzwerk, Kalterkrise, Social Media, Follow-up. Was ist Follow-up? Wenn ich Menschen schon mal in Kontakt war, egal ob ein Netzwerk oder nicht, dann machen wir das immer wieder, dass wir die regelmäßig kontaktieren. Das geht aber auch in der E-Mail-Versand-Kaltakquise, da werden automatisiert die E-Mails versendet und es sind immer wiederkehrende Prozesse, die uns durch Software unterstützend ja hier eben Objekte akquirieren. Plus, dass wir natürlich sehr, sehr stark im Social Media sind und Objekterkrise hierüber über verschiedene Funnels und verschiedene Wege eben generieren. Aber grundsätzlich sollte man automatisiert das Ganze aufbauen und damit meine ich auch, dass man automatisierte Netzwerkpflege betreibt. Nämlich, wenn der Architekt mal nicht weiß momentan, wo es Objekte gibt, ihn aber wieder automatisiert mit einer Erinnerung anruft nach vier Wochen und sagt, wie schaut es denn heute aus? Austauschen, bei mir ist das passiert, bei dir ist das passiert, wie geht es? Wollen mal wieder Kaffee trinken gehen? Das ist Netzwerken. Aber wichtig beim Netzwerken ist auch erst geben und dann nehmen. Die meisten wollen es andersrum, die wollen ihren Netzwerkpartner aussaugen und machen sich überhaupt keine Gedanken, kann der mir auch einen Mehrwert geben? Und deswegen funktioniert das bei vielen auch nicht. Nein. Hat einer, also ob wir per Provision bezahlen? Ja, das sind alle, die nur vertriebstechnisch arbeiten und der andere Teil nicht. Da machen wir Incentives, wie jetzt zum Beispiel, dass wir nach Mallorca geflogen sind, solche Sachen. Der Vertrieb ist mit Boni oder mit einem Bonus-System hinterlegt, aber nicht alle empfiehlt. Wie heißt mein Mentor? Da gibt es viele. Also grundsätzlich habe ich angefangen mit Hörbüchern, Büchern. Tony Robbins, Dirk Kreuter, Brian Tracy, das waren so meine Buchmentoren oder Bodo Schäfer. Dann habe ich viele Mentoren, die aber namentlich keiner kennt, sind meistens Unternehmer oder auch im zwischenmenschlichen Bereich, die da sind, wo ich immer hin wollte und wir die gleichen Interessen haben und wir uns hier austauschen und ich eben Fragen stellen kann. Aber auch mein privater Freundeskreis sind meine Mentoren, weil wir ja dort uns auch über Business unterhalten, übers Leben, über Lebenszyklen, Familie und uns da immer wieder austauschen. Ich habe festgestellt, das Leben ist in gewisse Muster, glaube ich, zu stecken. Jeder hat so seinen eigenen Lebensraum und da sind Menschen eben drin und wenn man da sich mal umhört, wird man auch für sein Leben gewisse Muster erkennen. Da muss man sich nur diese Menschen um sich herum bauen, denn eins ist wichtig, dein Leben ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verdrinkst und wenn du halt das schlechte Umfeld um dich herum hast oder aus deinem Umfeld austreten möchtest in den nächsten Raum, dann werden die dich auch immer runterziehen. Daher wichtiger Punkt, suche dir die Menschen, die zu dir passen und du andersrum auch. Das ist sowohl bei Mitarbeitern wie auch in deinem privaten Kreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis, weil zum Schluss hat es negative Auswirkungen, wenn du es nicht berücksichtigt. Und ich bin ehrlich, ich bin da rigoros, wenn jemand mich nicht mag, dann ist das so, dann kann ich es auch nicht ändern, dann akzeptiere ich das, bin auch kein Böse, aber andersrum bitte auch nicht böse sein, wenn es bei mir mal nicht passt, weil zum Schluss verbringen wir ja die gemeinsame Zeit zusammen und deswegen finde ich auch wichtig, nicht jeder Mensch Pass zu jedem. Das muss man auch wissen. Warum Prozesse so wichtig sind, ist ganz einfach, nur dann kannst du skalieren. Das ist mal der eine Punkt. Wenn man nicht skalieren möchte und möchte seine Work-Life-Balance im Griff behalten, dann ist Prozesse unumgänglich. Und das ist das Problem der meisten deutschen Unternehmen. Deswegen haben auch 86 Prozent der mittelständischen Unternehmen nicht mehr wie eine Million Euro Umsatz, weil sie die Prozesse nicht haben, weil sie den Mehrwert nicht erkennen. Und deswegen sind das so Wellenbewegungen. Und ja, jeder macht so im Unternehmen das, was er will, im besten Gewissen, weil er es ja selber rein interpretiert. Der Chef dreht durch, der Verantwortliche und bekommt nie eingefangen. Daher Prozesse mit klaren Anweisungen dahinter. Hilft übrigens auch dem Team, das ist meine Erfahrung. Die Unternehmen, die Prozesse einführen, kommen danach und sagen, ja, die Teammitglieder, die Partner, die Mitarbeiter sind dankbar, dass sie jetzt wissen, was ihre Aufgabe ist. Da gibt es verschiedene. Wenn man anfangen möchte, welche Software man nutzt, dann würde ich Lucidchart nutzen. Die ist in der ersten Version kostenlos und da kann man dann diese skizzieren. Wichtig ist aber, dass man vorneweg mal auf dem weißen Papier anfängt, Prozesse überhaupt mal aufzupinseln und zu malen. Da wird man nämlich feststellen, das ist gar nicht so einfach, so ein Prozess in Arbeitsschritte zu definieren. Und selbst ich als Chef weiß dann oft nicht oder wusste nicht, wie der Prozess genau funktioniert und habe dann sogenannte Caps identifiziert, wo dann zum Beispiel der eine eine Anweisung an die Buchhaltung geben musste und der ganze Laden war abhängig von dieser einen Person, dass Rechnungen geschrieben werden. Also es ist sehr, sehr spannend, muss man sich rantasten, ist auch eine gewisse Gewöhnungsgeschichte, Prozesse aufzusetzen. Wenn man es dann mal verstanden hat, dann ist das nämlich richtig cool, weil ich nenne mal ein Beispiel Prozess-E-Mail-Marketing. Bei uns macht das Backoffice das E-Mail, dann wird das versendet. Dann macht der Callcenter das Telefon und zum Schluss geht der Vertrieb raus. Und jetzt kannst du, wenn du den Prozess sauber definiert hast, genau gucken, wo bricht denn die Kette, weil die wird immer irgendwann brechen, weil wir sind Menschen, Maschinen und deswegen ist es aber relativ einfach für mich dann oder auch für unsere Leitungen zu erkennen, wo überhaupt die Kette bricht. Daher unumgänglich, anfangen damit, kann ich nur jedem empfehlen. Sofort ab dem ersten Mitarbeiter. Videos, also es ist ja dieses Prozessbauen, dann bringe ich alles, was ich zweimal spreche, in ein Training, damit es der Mitarbeiter auch immer wieder anschauen kann, wenn er es nicht weiß, weil du erklärst als Vorgesetzten deinem Mitarbeiter etwas, in der Hoffnung, dass er es auch vollumfänglich verstanden hat. Aber meistens ist ja Sender-Empfänger-Prinzip, dass dann der eine denkt und der andere hat angenommen das und irgendwann sitzen alle zusammen und denken, warum hast du nicht gedacht? Also daher, ab dem ersten Mitarbeiter, alle Dinge, die man zweimal sagt, bitte in Prozesse bauen und egal, wie groß man es machen möchte, auch mit einem Mitarbeiter. Es ist für jeden, für das Unternehmen, für den Mitarbeiter, für den verantwortlichen Chef, der zum Schluss das unternehmerische Risiko trägt, einfach ein Mehrwert für alle.